Hallo, mein Name ist Aaron Gilbert, Doktor der Teilchenphysik. Das Zeug ist überall rein, übrigens in jede Ritze. Sehr schwer auszuwaschen. Wir haben unser ganzes Leben dem Studium des Paranormalen gewidmet. Und jetzt gibt es Sichtungen in der ganzen Stadt. Da draußen brauchen Menschen unsere Hilfe. Holzman, du bist eine brillante Ingenieurin. Aaron, niemand ist besser in Quantenphysik als du. Das mache ich immer. Ich trete dem Club bei. Ich kenne New York. Aufgenommen. Hallo, ich komme wegen dem Job an der Rezeption. Hi, du bist eingestellt. Los geht's. Oh, sorry. Ich hätte nicht zuerst. Jemand entwickelt ein Gerät, das paranormale Aktivitäten sichtbar macht. Wir müssen was bauen, um die verfluchten Geister zu bekämpfen. Okay, aufheizen. Petit, du nimmst den Gang und ich nehm den da hinten. Packen wir es an! No! Okay, ich weiß nicht, ob das ein Rassismus-Ding war oder ein Frauending, aber ich bin Stinksau. Und ich habe Kevin gebeten, für uns ein paar Logos zu entwerfen. Oh. Du weißt schon, das könnte ein schlechtes Bild auf uns werfen. Sind es die Brüste, die euch nicht gefallen? Denn die kann ich größer machen. Äh. Du weißt schon, das könnte ein Rassismus-Ding war oder 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 ein Rassismus-Ding